Bei einer kleinen Feierstunde wurde die Realschule Basel als Botschafterschule für das Europäische Parlament ausgezeichnet. Der Abgeordnete des Europaparlaments, Jens Giesecke, überbrachte der Schule eine entsprechende Plakette. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Basel, Nils Anhuth, und Jan Heinemann, schulfachlicher Dezernent der Landesschulbehörde, waren gekommen. Rund 15 Schüler der 9. Klasse beteiligen sich derzeit an einer AG zu dem Projekt Botschafterschule für das Europäische Parlament. Dabei diskutieren sie am Ende über aktuelle politische Themen, die die Europäische Union betreffen. Am Ende der Feierlichkeiten hatten die Realschüler noch Gelegenheit, dem Europaparlamentsabgeordneten Fragen zu stellen.